Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, dass ich nicht alles essen kann. Wenn du alles isst, kannst du alles haben. Dann nehmen wir nur einen Kaffee und ein Stück Gebäck. Ja. Ich habe so viel Hummer, habe mich nicht mitgelassen, die heute überraschen. Okay? Ja. Leider ist so viel, es geht auch nicht wieder dabei. Das ist so nett. Jetzt gibt es da meine Jacken, du gibst da wieder mein Handy, weil sonst kriegen wir nichts. Und wir gehen zu den Jacken. Das will ich. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit, aber wir brauchen noch mal. Da haben wir den eklig gespuckt. Wie geht es? Nein. Wie geht es? Ja. Ich bin hier auf. Hier habe ich zu spüren. Ich habe mich auf die Straße gemacht. Ich habe die Minuten und hierherbeizt. Das geht. Ich bin hier. Nein. Das ist ja nicht richtig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier so nett. Ich bin hier. Und hier muss ich mich so nett aus. Ja. Hey, warum wird die da... Die wird da eingestellt. Ja, eingestellt. Mama, die wird eingestellt. Warum wird die da eingestellt? Bei der Instaktion ist es. Hey, in Hütteldorf ist die Instaktion? Bei der Schausteigung, Westbahnvergleich, Blatt und die Türen schließen automatisch. Hä? Oh Mann. Die wird hier ein, die da in den Hüttelbahn fahren. Ob Zauberer die noch weiterfahren? Zulippe hat die Zauberer. Aber sie fragt, ob Mama noch zu suchen. Schau, da ist das große Bahnhof der Hüttel. Ja. Dort drüben fahren auch die Busse weg auf der Seite, das von anderen auch. Ja, aber hier auch du auch. Und hier so nicht viel. Ja. 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 Das kann man ja auch gerne. Nein, ich sehe, wie das heißt. Wenn wir jetzt von Mäcki... Bei Mäcki bekommst du nicht, dass Mäcki einlösen? Genau, das gibt es nur mehr bei Nuss. Und wo ist der Nuss? Egal beim Westen. Da wollen wir auch nix schon mal gefrühstückt haben. Da waren wir eh schon mal. Wenn die nur in die Bäder waren. Wenn wir alle waren mit der Oma und dem Papa, also das letzte Mal waren wir nicht. Wollen die nur in die Bäder waren? Wenn wir dann auch nix schon gefrühstückt haben. Nein, nein, das hat doch nichts. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, dass du mal bist. Du meinst jetzt schon mal Pianofiore? Ja, ich weiß nicht. Ja. 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 Eine blaue Hähne? Eine blaue Hähne? Du meinst, in Wien und die fahren? Blaue Hähne? Ja, die fahren zum Teil noch beim Harden. Da noch einmal als Aushilfe. Auf der S50 fahren sie noch einmal als Aushilfe, wenn einmal ein City-Jet ausfällt. Und City-Jet fällt auch? Nein, den nicht mehr ausfällt. Dein Freundin? Ja, 40-20, er fährt auf der S50. Da muss man als Aushilfe. Der wie ein E-Pass aufgemustert. Nein. Nein, das war auch schnell. Jetzt? Jetzt? Ja, bitte! 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 Und Mama zeigt, dass die Türen aufbauen. Aufbauen, wenn die Türen sie lassen werden. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020